moine lieben herzlich willkommen zum dritten teil der großen bastelserie rund um den raspberry pi und die viktron geräte in der letzten folge haben wir schon ziemlich viel geschafft wir haben unser image aufgesetzt den pie zum ersten mal gestartet und das ganze auch ins netzwerk gebracht und sind dann auf der remote konsole gelandet wer die folgen noch nicht gesehen hat sollte sich die mal anschauen um jetzt auf den neuesten stand zu kommen wir machen jetzt heute weiter in der remote konsole das ganze sieht so aus wie das was ihr im prinzip nachher sehen könnt wenn wir fertig sind auf dem display wir können hier navigieren mit der maus oder auch mit den pfeiltasten der tastatur wir brauchen noch space also die leertaste und enter wenn ich jetzt hier einmal enter drücke komme ich in die device list und kann dann zu den settings navigieren mit dem pfeil nach unten und der pfeil nach rechts bringt mich dann in das entsprechende menü als erstes möchten wir gerne date and time einstellen das heißt wir navigieren hier einmal hin drücken den pfeil nach rechts und gehen hier auf pacific standard time da drücken wir einmal die leertaste um die zeitzone zu ändern wir befinden uns hier in europa genauer gesagt hier in berlin bzw in deutschland das heißt wir wählen die westeuropäische standardzeit aus mit einem klick auf die leertaste und das war schon mit date and time jetzt wollen wir das ganze noch auf die richtige sprache einstellen dafür gehen wir weiterhin in settings nach unten zu display and language da auch mal nach rechts drücken zur sprache navigieren leertaste drücken und hier mit der leertaste deutsch bestätigen keine angst ihr müsst euch einmal reconnecten wenn ihr die sprache geändert habt das ist ganz normal als nächstes wird es schon etwas spannender denn wir müssen unser user level ändern wir müssen nämlich ssh aktivieren und dafür müssen wir super user sein wir gehen also in den einstellungen auf allgemeines und sehen hier oben zugangs level benutzer und installateur das ist jetzt so farblich hinterlegt ihr seht wenn ich darauf navigiere dann wird es farblich hinterlegt das ist wichtig denn im nächsten schritt drücken wir bitte einmal die taste nach rechts also die pfeiltaste nach rechts und halten die gedrückt und irgendwann springt es um auf super benutzer bzw super user das ist quasi der admin für alles und ihr könnt damit alle einstellungen machen dann müssen wir mal ein passwort vergeben das heißt wir navigieren einmal nach unten drücken die leertaste und suchen uns dann ein mega sicheres passwort aus also besser als das was ich hier eingebe und fertig wir sehen ssh auf lan ist aktiviert wenn das bei euch nicht so ist dann könnt ihr das einmal mit der leertaste aktivieren bitte und das war es an der stelle schon mit dem zugangs level wir gehen also wieder zurück und möchten jetzt im letzten schritt das wlan aktivieren das heißt wir gehen mal ganz nach unten genau hier versteckt sich das in den einstellungen wifi da einmal rauf gehen und hier tauchen jetzt alle wifi netzwerke auf die so finden kann ich nehme natürlich meins weil da kenne ich das kennwort und gehe einmal darauf gehe auf das passwort und jetzt muss ich das hier einmal eingeben wartet auf jeden fall bis verbunden ist und das ist jetzt der fall dann kriegt ihr hier unten auch den hinweis zu einer ip adresse und die ist wichtig denn die merkt ihr euch jetzt bitte und dann könnt ihr im prinzip nachher auch mit dieser ip adresse auf dieses webinterface beziehungsweise auf diese remote konsole rauf gehen statt mit der 105 die oben hier angezeigt wird geht ihr dann mit der 173 übers wlan rauf das heißt ihr könnt eure provisorische kabelverbindung jetzt wieder abbauen was wir als nächstes tun ist einmal das programm putty zu starten das habe ich hier unten schon offen und jetzt könnt ihr hier bei hostname einmal die ip adresse 192 192 168 1.173 eingeben also die wlan ip eures raspberry pi's alle anderen einstellungen lasst ihr bitte so unberührt und ihr klickt auf open jetzt kommt eine warnung und die ist ganz normal beim ersten start über ssh das ist im prinzip vereinfacht gesagt der raspberry kennt euren rechner noch nicht beziehungsweise die beiden kennen sich noch nicht und treffen sich zum ersten mal und der raspberry warnt jetzt quasi vorne vor einem fremden zugriff das könnt ihr mit ja bestätigen und das kommt auch nur einmal und ihr seht hier das ganze war soweit erfolgreich wir können uns einloggen und da nehmen wir den benutzernamen root drücken enter und dann geht es weiter dann gebt ihr euer mega sicheres passwort ein und das ganze bestätigt ihr auch mit enter ihr seht nicht wenn ihr passwörter eingebt ihr müsst dann einfach darauf vertrauen dass ihr das richtige eingegeben habt und in dem fall war es richtig wir sind jetzt angemeldet auf dem raspberry mit dem benutzer root und können jetzt hier die aufgaben bzw die einstellungen tätigen die wir für unser schönes display nachher haben wollen so das war's für heute ich hoffe ihr seid genauso weit gekommen wie ich und habt alles verstanden ansonsten könnt ihr gerne noch mal auf oben schläfer punkt kommen nachschauen in der kompletten dokumentation da wird es alles noch mal erklärt wir machen jetzt hier erst mal schluss und beim nächsten mal geht es genau an der stelle weiter denn wir werden dann die konfigurationseinstellungen ändern über putty und die folge wird dann auch ein bisschen länger und auch durchaus etwas anspruchsvoller und da braucht ihr auf jeden fall die doku dann könnt ihr euch nämlich alle befehls zeilen und codes dort raus kopieren und bei putty einfügen und das ganze macht es dann ein wenig einfacher als das alles per hand so einzuhacken aber wie gesagt das gibt es in folge 4 bleibt gespannt ich hoffe es hat euch spaß gemacht vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss